Christopher Robin 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 und überwältigt, vor allem natürlich von der Darstellung der Figuren. Ich hatte damals beim Jungle-Buch einen ganz furchtbaren Uncanny Valley-Effekt, in dem ich halt Tiere sah, die mit menschlichen Gesichtern redeten und das fand ich total verstörend. Bei Winnie-Pooh hat man lebende Stofftiere und das funktioniert unglaublich, denn man hat wirklich, die Viecher sehen aus wie ein lebendes Tier, das man an seinem Bett sitzen hat und das spricht und so weiter. Es wird nicht versucht, irgendwie menschlich zu agieren, sondern das Stofftier lebt und da bleibt Uncanny Valley komplett aus und die Figuren sehen allesamt niedlich, süß zum Anschmachten aus. Man möchte sie in den Arm nehmen und knuddeln und alleine über die Figuren funktioniert der Film schon mal wunderbar. Im Gegensatz dazu steht das Umfeld, in dem er spielt. Er spielt an einem regnerischen Tag oder größtenteils bei diesigem Wetter, in farbloser Umgebung und ist damit genau der Kontrast zu dem, was man bei so einem Titel eigentlich erwarten würde, einem quietschbunten, ironischen, fröhlichen Kinderfilm, sondern es ist irgendwie die Mischung, dass hier kindgerechte Figuren in einem Umfeld agieren, das eher erwachsene Zuschauer anspricht. Die Story, die dahinter steckt, ist leider so dünn, dass er auf den Bierdeckel passen würde, nämlich es geht natürlich um das ganze, Christopher Robin arbeitet so viel, besinn dich wieder auf die Familie Christopher Robin und vergiss nicht, deine Kindheit und solche Sachen und dann eben viele kleine Momente, in denen solche Gedankengänge offenbart werden. Zum Beispiel, das ist deine Aktentasche, die ist dir wichtig, du hast deine Tochter, ist die Tochter so wichtig wie eine Aktentasche und auf dem Level passieren ein paar Dinge. Insgesamt ist der Film sehr zwiespältig für mich, weil es ist, wie gesagt, die Thematik liegt mir nicht, weil ich einfach nicht kenne. Ich fand ihn kindgerecht, sympathisch, süß, auf der anderen Seite wird aber eben extrem storyarm. Aber ich finde es schön, dass es nicht wieder irgendein bunter, fetter Blockbuster ist, dessen Figuren ich jetzt im Happy Meer bei McDonalds vorfinde oder um den sonst ein großer Tarar gemacht wird. Nein, dieser Film ist auf eine sehr wohltuende Art und Weise geradezu leise und hat in diesem Zuge auch ein paar sehr emotionale Momente und sehr bewegende Momente. Und ich war mit meiner Frau im Kino und da lief an der einen oder anderen Stelle glatt eine Träne die Wange runter. Deswegen, es ist kein Titel für jedermann, weiß Gott kein Blockbuster und auch nicht wirklich plotreich, sondern es ist emotional, klein, lieb, spricht Erwachsene und Kinder an in unterschiedlicher Weise und wie sehr man jeweils damit umgehen kann, kann man natürlich nicht sagen. Ich selber gebe dem Ganzen knappe, aber trotzdem geltende vier von fünf Punkten, weil mich eben die süße Machart und die Emotionalität des Films dann doch so überzeugt haben, als dass es das nächste Popcorn verklebte Massenwerk für die Kleinen ist. Wie seht ihr das? Kennt ihr Winnie Pooh? Also habt ihr das gesehen? Oder wie findet ihr die Vorschau auf den Film? Oder könnt ihr jetzt Vergleiche ziehen zu Goodbye Christopher Robin? Das und was auch immer euch einfällt, haut es doch mal rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Bis dann, ciao!